Auf der Jagd nach irgendwelchen Arschlöchern setzen die Jungs jeden Tag ihr Leben aufs Spiel. Wir schlafen nachts ruhig, während sie sich da draußen für uns um die ganze Scheiße kümmern. Zwei Drogendealer wurden von zwei Typen ausgeraubt, die sich als Cops verkleidet haben. Zu Moran und Thornton würde dieser Raubüberfall gut passen. Und wieso? Sie sind Drogenfahnder und sie kennen die Dealer. Bist ihr noch das Geldversteck, von dem ich euch erzählt habe? Genau zur rechten Zeit. Du willst die Sache wirklich durchziehen? Ich schaffe das nicht ohne dich. Zwei männliche Weiße mit Skimasken haben die Tür aufgebrochen. Sie wissen genau, wo das Geld ist und bringen niemanden um. Sie bewegen sich hier auf dünnem Eis. Was verflucht, wenn das jemand rausfindet? Was habt ihr da draußen gemacht? Gar nichts. Ich habe nichts zu verbergen. Sie werden sie nicht mehr verfolgen. Sie befolgen nicht die Regeln, Sir. Diese Ermittlungen sind vorbei. Mein Instinkt täuscht mich nicht, Sir. Alles, was sie haben, sind Vermutungen. Sie sind bloß eine Haaresbreite davon entfernt, ihren Job zu verlieren. Es ist unser Job, das Gesetz zu achten. Manchmal muss man für das Richtige das Falsche tun. Also darauf freue ich mich doch schon. Das ist unser Job, das ist unser Job.